Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Dead by Daylight. Wir hatten am Wochenende mal wieder eine SWF-Runde und zwar mit Steven, Kev und Angie. Dabei haben wir uns gedacht, dass zwei Leute so ein Sabo-Bild spielen. Wenn ihr euch fragt, was genau ein Sabo-Bild ist, dann kann ich euch nur empfehlen, das Video mal auszuchecken. Und ich dachte mir, ich nehme alles mit, für den Fall, dass es gesluckt wird und ich mich im besten Fall noch schneller aus dem Griff vom Killer befreien kann. Das Ganze sah dann bei mir so aus und zwar mit Soulguard. Das heißt, wenn ein Hextotem aktiv ist und ich von diesem Hextotem befallen bin, kann ich mich einfach jedes Mal wieder aufheben. Das ist ziemlich praktisch. Um das Ganze noch so ein bisschen zu backen, habe ich mit einem Breakup auf jeden Fall eine Möglichkeit, mich definitiv aufzuheben. Auch ohne, dass ein Hextotem aktiv ist. Und was ganz cool ist, auch wenn es aufgebraucht worden ist, erhole ich mich einfach immer noch schneller in der Dying State. Und für den richtigen Spaß, weil die anderen beiden ja ein Sabo-Bild spielen mit Breakout, habe ich noch Flipflop mitgenommen, dass wenn ich einfach entsprechend lange gelegen habe, ich auf jeden Fall davon komme. Und natürlich mein All-Time-Favorite, Dead Heart, um am besten einmal dem Schlag auszuweichen oder halt entsprechend auf dem Boden zu liegen. Und sofern mal gesluckt wird und Hextotems da sind, funktioniert das auch ganz gut. Legen wir los. So, was geht, was geht. Ich muss jetzt daran denken, dass ich wieder Dead Heart habe und kein Balance Landing. Oh, es ist Wraith. Das ist doch gut. Okay, ich kann dich suchen. Ich kann pieksen, mich aufheben, den Mund halten. Dumbtack! Let's go! Evan, wo ist er? Warte, hier liegt die Palette. Hier ist er. Oh, hier ist er. Lol. Oh, shit. Er macht die Palette kaputt. Nice. Wo ist hier die nächste Palette? Oh Gott, schaffe ich das noch? Ja, das schaffe ich. Das schaffe ich. Easy. Respected. Nice. Wird der noch verfolgt? Ja. Angie, du machst als Einziger was Produktives, by the way. Wie immer. Nice. Oh no, dead end. Leute, ich brauche euch. Wir sind schon längst da, aber er hat dich verloren. Jetzt hat er erst die Fährte gefunden. Jetzt hat er sich unsichtbar gemacht. Wie kann er mich verloren haben? Er geht ins Haus. Das haben wir uns auch gefragt. Oh, er ist bei mir. Ich laufe weg. Ich bin weg. Wo ist es bei dir? Auf der Straße. Ich habe Kevin gesehen. Okay, okay, okay. Kevin, Kevin wird die Tag. Oh nein, oh nein. Let's go. Es ist Picknick. Oh, endlich. Jetzt darf er keine Paletten werfen. Oh nein. Kein Ruin. Oh nein. Schade. Ich mag das nicht. Nee, einfach weil du so süß war. Oh, sie ist bei mir. Ja. Oh, sie ist auch. Ja. Oh, sie hat dich gehittet. Ich habe ihr noch die Dumbtack gegeben dafür. Zur Weihnachtszeit kann man bestimmt wieder die Nase buchen. Und dann bringt es er nicht um. Yo, Hitboxen. Ja, moin. Nein. das schwein ja was geht denn mit der weiter 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 ja ist gleich so weit sie hat nicht geboren ja problem ist ich muss jetzt meine chat loswerden sie muss doch mich tschäßen ja ich komme zu euch naja die wartet bei wo time ab ja die hat sogar genau gezählt ich sterbe hat sie doch gar nicht geborener das war einfach der erwarte ich nehme das war 99 ich nehme jetzt 60.000 hits für dich von mir lag ich in den hit ich habe dead heart ich habe dead heart oh nein nein ich bin eng geblieben nein sie befällt alle mal dran ja jeder ist mal hängen geblieben weiter wo ist sie oh gott nein ich habe mein saboteur gewastet weil sie mich gebetet hat auf ich warte bis sie weg ist oh nein ich warte bis sie weg ist oh neis lauf Kevin lauf let's go ich verstehe nicht was hier passiert was nehme ich nämlich 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 nein das hat sie verdient es ist ganz schön dass die wirst du mir so leid alles gut hat und ich bin gerade gestorben ich wollte ihn retten wir wollten sich retten sie hat mich gesehen ich glaube schon das gebäude also ich könnte abgeholt werden kommen sofort ich bin bei der granate ich komme ich habe hier jemanden irgendwo glaube ich gesehen oh dann hat sie make a choice ja sie ist auch nicht mehr bei mir glaube ich mit dem eigentlich doch dann mache ich jetzt mal generator also 7 wenn du meinen send back your friends streamers also für uns sie ist nicht mehr was macht sie sie ist jetzt wieder bei mir er hat ihren sinn verloren weil ich tot bin stimmt jetzt tut mir wieder schweinchen leid sie hatte auch dann mach ich dann weiter warum setze ich mir keinen helm auf wir wollen nicht sie ist bei mir dann kriege ich keinen schmuck du bist an der letzten dings wo er wo kevin sich verfreien kann ich gehe jetzt in g-hole ich gehe jetzt in g-hole dann check what the f-k oh lol die legs oh nein rip überlebt leute Jawohl! Gib mir das Treatment! Let's go! Go, 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 go! Ja, ja! Nice! Aua! Quietsch, quietsch! So ist mir leid, Schweidchen! Sie meinen, gäbe es sich immer noch selbst! Jawohl, let's go! Ey! Das Glück ist mit den Dooms! 360, Moon War, Dumbtack! Scheiße! 360, Moon War, Dumbtack! Moimata! Ja, GG, aber... GG! Ich bin mir am Ende nicht ganz sicher, ob wir uns bei den ganzen Games, die wir gemacht haben, oftmals selbst sabotiert haben oder die Killer oder irgendwie eine Kombination aus beiden. Aber die Games waren einfach super lustig, auch gerade bei dem letzten Game mit dem Pic. Hatten wir echt eine Menge Spaß und da macht es dann irgendwie auch nichts aus, wenn wir am Ende nicht rauskommen, dass es nicht ganz so gut für uns ausgeht. Für mich ist irgendwie ein ganz großer Teil bei DVD tatsächlich, dass man einfach alleine oder auch mit seinen Freunden einfach mal ein bisschen Blödsinn machen kann. Am Ende bleibt DVD halt doch ein Casual Game. Und mit dem Video, hoffe ich, kommt ihr gut durch die Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao!